Oh, toll, dann begrünt das so, das ist bis heute nicht begrünt, ja? Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Amen. 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 Und wir sind ja mitten in einer Baustelle. Darum, was Herr Wimmer angedeutet hat, wir haben also viele Künstler gesprochen, Toni Crack mit einer der Ersten und die Kritik auch an dem Ort, die haben wir auch zu spüren bekommen. Es gab auch einige, die gesagt haben, da gehe ich nie rein. Also da werde ich auch nicht bereit sein, Kunst zu zeigen oder was auch immer. Und ich meine, wir haben das Drei Scheibenhaus, wir haben den Hofgarten, wir haben die Nutri in dieser Baustelle. Das Weizvolle gerade auch für die Künstler, die Künstlerinnen, ist, dass es hier jetzt auch noch ein Raum ist, der auch noch nicht fertig ist. Also der sich auch extrem unterscheidet von der sich. Das war natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Für uns natürlich auch eine Herausforderung. Aber die Künstler... Musik 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 Für uns geht das nicht. Sonst braucht man eine Wandel, eine Stellage. Ja, dann ist ja ein anderer Ansatz. Natürlich, klar. Da wird natürlich versucht, das konventionelle Lieder hier hineinzuholen und wenn dessen diese Arbeiten hier... Ja, wenn man ja sagt für einen solchen Raum, ich hatte den gesehen und es gibt ja Leute, die künstlerisch sagen, da mache ich nicht mit, so kapitalistisch und so. Gerade deshalb, Präsenzzeiten. Aha, das war cool. Ja, das ist schon mal besser als vorher, als so ganze Filme hier. War noch schlimmer, aber diese Sache mit dem Präsenzzeiten. Ja. Fasten 2 von Holstotho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018